Musik Das Kulturhaus der Stadt Bruck an der Mur öffnete seine Pforten für eine ganz besondere Veranstaltung, nämlich die erste Brucker Hochzeitsausstellung. Da fanden nicht nur zukünftige Brautpaare alles, was für den schönsten Tag im Leben so alles wichtig ist. Musik Über 45 verschiedene Aussteller boten ihr umfangreiches Wissen an. Von der Einladung bis zum perfekten Fest kann jetzt alles optimal geplant werden. Wir hoffen an und für sich schon, dass einige Leute oder ein Großteil der Leute zu uns kommt, ins Geschäft. Wir bieten Brautmode, wir bieten Abendkleider und seit September bieten wir auch an, dass man die Brautkleider verleihen kann. Der Trend geht eher zu, also was wir heuer so beobachten, eher in Richtung Spitze, Farbe nicht rein weiß, sondern eher Ivory und auch lachsfärbige, mintfärbige Kleider. Musik Und wohin in den Flitterwochen? Das Reisebüro der Stadtwerke Bruck an der Mur hat für alle das ideale Angebot, egal ob in die Karibik oder den hohen Norden, ob Abenteuer oder Erholung pur, auch hier gilt, vom Profi beraten und nichts dem Zufall überlassen. Musik Auf drei Etagen fand Mann und Frau alles, was den schönsten Tag im Leben noch ein bisschen schöner machen soll. Glänzendes, seidiges, aber auch lustiges, wie zum Beispiel die originelle Fotobox. Wir haben eine Fotobox, die wird auf Hochzeiten hauptsächlich aufgestellt, aber auch für Betriebsfeiern und Feste. Und da können die Leute auf den Knopf hauen, auf den Passer, auf denen automatisch vier Fotos gemacht wird und sofort aus Collage ausdruckt. Und uns kommen wir mitten mit der Box. Wir stellen das auf, wir stellen einen Hintergrund auf, dass das gescheite Bütteln werden. Und es ist für die Hochzeit sicher eine Bereicherung, eine Auflockerung auf die Nacht. Es gibt auch Verkleidungsmöglichkeiten und das ist eigentlich eine lustige Sache. Die Fotos werden nachher im Normalfall zweimal ausgedruckt, einmal für die Gäste als Mitbringsel, also als Erinnerung zum Mitnehmer und einmal für ein Gästebuch. Unsere Fotobox ist für Weihnachtsfeiern, ein Firmenfestival, ein Autohaus zum Beispiel eröffnet, ein schönes Geburtstagsgeschenk. Eine Modenschau, bei der die neuesten Trends für Braut und Bräutigam gezeigt wurden, rundeten diese gelungene Messeveranstaltung ab.